Willkommen zurück zur Baldur's Gate 3. Was uns hier wohl in dieser Goblin-Feste erwartet. Stimmt nichts Gutes, wäre meine Vermutung. Wir werden es rausfinden. Ah, das ist doch der Volo. Ich habe mir schon gedacht, dass das nicht gut ausgeht mit ihm. Es sieht gut aus, dass es Ragsland ist. Es hat einen Ragsland, wie auch andere Chicken, nicht? Es ist wie ein Blades in der Quarren. Ah, ein Verständnis in unser Fair Camp. Be du beguilen, oder be du begetet? Goblin-Kind wird dich schützt und schraubt dich. Mit einem schrecklichen Krön und einem Scepter abräts. Draw Ragslin, short work of the innkeeper maid. The inn burnt to ash, the captives were many. Gobletkind had reduced them to cowering filfenny. So raise it, your goblets, and drain them with pride. Draw Ragslin, the true soul, had led you galide. Okay. Die Augen am Gesicht der schwachen Reime verdrehen. Ich glaube, der ist in keiner guten Situation. Können wir ein bisschen Nachsicht haben. Wir helfen ihm ein bisschen. Das ist doch nett. Das finde ich nett. Man kann sich über ihn lustig machen, ihn ein bisschen runterbuhen, aber ich glaube, wir helfen ihm aus. 28, also jetzt gibt es ja den Song des Jahrhunderts. Oh nein. Ich dachte, ich helfe ihm. Komm, das wird schon noch. Wir helfen ihm ein bisschen aus. Der findet sein Groove dann. Ich habe eher das Gefühl, dass er dann im Vergleich scheiße dasteht. Das war überhaupt nicht mein Ziel. Vor allem, wenn wir die 26 und 28 würfeln. Hm. Warum? Er, 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 er ist ein meatierer creature than any I've spied! Oh, Balderdash. Oi, stranger. You begin with my pitying. He's talking stupid now. Come, let's continue our ballad. Draw Raxlin, draw Raxlin. I am draw Raxlin. Come choose, draw Raxlin. You broke him. Wait, wait, draw Raxlin, we pray, we... Come on, pigeon, back to your cage. Now, look what you've done. Come on. Oops. We're still just a bee. Of course, ma'am. I don't feel like messing with her, is it all? Idiot. Oh, shut it. Right, yes. What kind of coward will you chase the baby? We play him or what? Oh, man. Der Bolo. Ja, es hat eine hohe Idee, dahin zu gehen. Jetzt sind wir in diesem Goblin Camp. In der Festung. Meine, sie haben die Festung nicht gebaut. Sie haben sich gekrallt. Durch den Umständen auch immer. Und wir wollen hier die drei Anführer der Goblins kaputt machen. Irgendwie. Rettet Wolos anzieher. Und die anderen, wo auch immer die sind. Hier ist ein Händler. Ich will mal angucken. Ist das der hier? In der Tat. Wo hat er denn sein ganzes Zeug her? Den ganzen Schatz. Judith. So, was haben wir denn hier? Zweiers Schuhe. Die Sprungweite ist um 1,5 Meter erhöht. Weil wir noch nicht weit genug Höhen, äh, hüpfen können. Aber das ist ganz gut. Mit wem müssen wir denn mal... Ach so, die hole ich mir erst mal. Die kosten 67 Gold. Das ist ja ein Schnäppchen. Also, gerade für die Leute, die mal in Nahkampf müssen. Fellrüstung plus 2. Selten. Mittlere Rüstung. Du willst einen Bonus plus 1 auf Geschicklichkeitsrettungswürfe und Geschicklichkeitswürfe. Einen Bonus von plus 1 auf Initiativwürfe. Oh, auch nett. 500. Handschuhe des Bogenschießen. So ein bisschen Umgang mit Langbogen und Kurzbogen übt und deine Fernkampfangriffe bewirken. Zuletzt sich 2 Schaden. Ui. Ich greife mich eher häufiger mit dem Bogen an. Wie teuer? 112. Das ist ja auch Schnäppchen. Wenn der Träger ein Ziel heilt, erhält es tut sich 3 temporäre Trefferpunkte. Das ist ja hier alles für Hunde. Das ist ja alles für Schnäppchen. Wenn du eine Kreatur heilst, erhältst du 2 Züge lang einen Bonus von 1,4 auf Angriff und Rettungswürfe. Das ist so eine typische Kleriker-Sache eigentlich. Man heilt zwischendurch und greift dann auch an. Obwohl ihre Angriffe echt mau sind. Das habe ich noch gar nicht geskillt. Und die Waffen, die sie hat. 76. Auf Rettungswürfe immerhin auch. Das ganze Geld wird rausgeballert. Aber ich kann auch immer gleich viel Shit verkaufen. Können das zwischendurch auch mal machen. Hier jetzt zum Beispiel 3 Messer. Das muss ja wirklich ein bisschen quatschlos werden. Warum fängt der eigentlich nicht hier mal auf dem Maximum an, dass ich dann da runtergehe? Das fände ich praktischer. Vielleicht werden die es aber auch manchmal doofer weiß. Können wir auch ein bisschen Gewicht mal loswerden hier. Das ist auch nicht verkehrt. Das ist die Idee von Shadowheart gleich verkaufen. Das wäre auch mal was. Wir müssen eh ein bisschen das Inventar ausleeren. Dann machen wir mal weiter. Ich brauche echt viel Schrott dabei. Eigentlich braucht sie auch echt mal... Gucken wir mal, was habe ich als letztes verkauft. Ein Speer, okay. Sie braucht mal eine neue Waffe, wirklich. Kampfspitzhacke. Das kann sie nicht tragen. Noch ein guter Bogen wäre mal was. Wenn der spätes Ziel zerfällt, erfolgt nächstes Angriffswurf als zielsicherer Schlag. Das ist nicht so schlecht. Also, es ist die falsche gerade gelesen. Diese Waffe kehrt zu ihrem Besitz zurück, wenn sie geworfen wurde. Oh, das könnte cool sein für Kalach. Wir kaufen mal ein bisschen ein. Wie immer habt ihr unten die Möglichkeit, in den Kapitelmarken von YouTube, das zu überspringen. Wenn ihr jetzt denkt, so Mann, der kauft die ganze Zeit jetzt hier irgendwie ein und ist nur am Shoppen. Wenn ihr keinen Bock darauf habt, überspringt das einfach. Und dann seid ihr direkt am Ende der Shopping-Tour. Zeige ich nochmal, was ich dann habe. Und dann könnt ihr weitergucken in der Story. So, das gucken wir jetzt mal. 6 bis 17, 6 bis 15. Waffenversorgung plus 1. Weil sie kann Sachen werfen. Voll gut. Das ist voll, also das ist, ich muss nochmal was angucken. Das finde ich ja voll geil. Was gäbe es denn noch? 6 bis 15, 7 bis 17. Uiuiuiuiui. Wir kommen ja da nicht zu anderen Sachen ran. Das ist genauso gut wie der Streetcar-Gerechtigkeit. Nein, aber Streetcar-Gerechtigkeit hat noch den Tyrsschutz. Aber es gefällt mir. Es macht ein bisschen mehr Schaden. Macht ein bisschen weniger Schaden. die wiedergehende Pike. Aber sie ist mit Fernkampfwaffen eigentlich nicht besonders gut. Also nicht zumindest so. Das ist einfach nicht Langbogen plus 1, bisschen besser. Aber wenn sie das werfen kann, das ist nicht erfolgscharf. Okay, das macht ein bisschen weniger Schaden. Das hat Waffenverzauberung plus 1. Dann kurz mal einmal das richtig checken. Das sind auch Waffenverzauberungen. Plus 1 und kehrt zurück. Macht ein bisschen weniger Schaden. Wir gucken das mal kurz an. Ja. Ich sehe nicht so viel Kunden. Na gut, darum geht es nicht. Wolltest du mal feststellen. Also. Hier, wenn ich das mache, bekomme ich ja die Fertigkeit. Bewütender Wurf. Schleudere ein Gegenstand oder eine Kreatur auf ein Ziel. Den gesündlichen Schaden zu füchsen, als umstößt, sodass es liegend ist. Schaden geworfener Waffe entspricht ihrem Nahkampsschaden. Man kann Waffe nicht einfach so werfen. Man muss sie mit einer Ability werfen. Achso. Kann sie auch mit dem anderen, aber dann werden sie anders geworfen. So ist das als Waffenschaden auch. Vor allem steht da, dass du zusätzlichen Schaden machst. Das muss ich ausprobieren. Das kaufen wir auf jeden Fall. Das ist zu fach. Die Dragegner sind fach und sie fliegen. Nein, ich habe nichts. Schaden geworfen, wenn du Coins bekommst. Wir haben Coins. Das Shoppen macht auch zwischendurch Spaß. Ich finde das gut. So. Also. Wiederkehrende Pike. Was hätten wir noch für ein großer Knüppel? Macht weniger Schaden. Scheitert einer deiner Angriffe bewirkt dennoch für Wuchtschaden. Macht aber noch ein bisschen Schaden nebenbei. Auch wenn es eigentlich scheiße läuft. Hier kaufen wir die wiederkehrende Pike. Dann hat sie auch immer was, was sie werfen kann. Dann braucht sie eigentlich auch den Kurzbogen plus eins nicht. Können wir ganz kurz gucken. Wer hat denn keinen denn keinen guten Bogen. Kurz schauen. Sie hat ja den Bogen. Kann man das nicht währenddessen weitergeben nehmen. Okay. Dann gucken wir es gleich an. Langbogen plus eins. Kurzbogen plus eins. Sie können ja auch den Langbogen plus eins tragen. Jagd Kurzbogen. Der Langbogen macht mehr. Man hat zwar gegen Monster mehr Schaden und hat Zeichen des Jägers, aber das ist auch eine Ability. Der macht einfach mehr Schaden. So, großer Knüppel gefällt mir nicht. Kampffspitzhacke. Das könnte eventuell für Shadowheart interessant sein. Ja. Ist der große Knüppel denn zweihändig? Wo steht das nochmal? Unten steht das zweihändig. Okay, das soll ihn schild behalten. Dann kriegt sie die Kampffspitzhacke plus eins. So, die Rüstung wollen wir uns mal angucken. Fellrüstung plus zwei. Du erleidest ein weniger Hiebschaden. Das ist das Kettenhemd im Moment mit der mittleren Rüstung. Du hältst einen Bonus von plus eins auf Geschwindigkeitsrettungshürfe und Geschwindigkeitswürfe. Du hältst einen Bonus von plus eins auf Initiativwürfe. Das ist ziemlich nice. Seht ihr im Moment? Plus zwei von plus eins an Geschicklichkeit. Wenn sie das tragen würde, würde sie einen Geschicklichkeitsbonus verlieren. Vier dazubekommen. Das ist Chodi-Mighty. Das ist insgesamt eh gut. Wir gucken nochmal ganz kurz. So, sie hat im Moment plus drei von Konstitution. 16, die drei verlieren. Das ist so richtig. Wieder ein Gewinn insgesamt. Durch das. Und Geschicklicht auch. Das würde gar nichts bringen. Wo sie den Geschicklichkeits... Das... Das... Das hat 15. Das kaufen wir auch noch. So, den anderen Kram kaufen wir nicht. Wenn es eben noch Zeit... Und jetzt verkaufen wir eben noch, leeren unser Inventar ein bisschen aus. Immerhin. Der FFV-Tümer hat jetzt keine Lust mehr, die rumzutragen. Das war mal ganz witzig, aber mein Inventar ist auch etwas unübersichtlich. Man kann natürlich manche an die Sachen behalten und darauf hoffen, dass man hier irgendwann besser verkauft. Ich glaube, das war nicht, aber das irgendwie ganz cool aussieht. Aber eine schlichte Robe sieht jetzt nicht so cool aus. Schafft ins Gebrochen, was irgendwie zusammenbauen kann? Bin ja nicht ganz sicher. Ich habe doch irgendwie auch Möglichkeiten, Waffen selber glaube ich zusammenzubauen. Jetzt gucken wir uns das nochmal an. Jetzt haben wir hier die Sachen gekauft. Gucken wir noch mal, ob sie die richtig ausrüsten jeweils. Okay. Ich wollte nochmal bei ihr schauen. So. Sie kriegt als erstes ihren neue neue wiederkehrende Pike. Immer auch die richtigen Leute ausreden, dass man den Tooltip richtig sieht. Ninger Schaden. Aber die Pike kommt zurück, was ganz cool ist. Wir behalten die beiden Waffen trotzdem am Inventar. Die skaliert halt irgendwie echt gut anscheinend. Sieben bis zwanzig Schaden macht die inzwischen. Also es hat dann schon nochmal fünf, dreißig Prozent mehr Max-Schaden. Und 20 hat aber halt nicht plus eins. Okay. Das rühren wir nochmal aus. So. Den Bogen braucht sie nicht, wenn sie die Fernkampfwaffe hat. Jetzt haben wir zwei Bögen gekauft. Die ordnen wir eben mal zu. Wo ist der andere? Der langen Bogen. Plus eins. Das hätte ich glaube ich hier direkt. Kann ich hier noch Sachen sortieren? Ne, hier fehlt immer die Sortierfunktion. Das ist ein bisschen schade. Wo ist der Bogen gelandet? Das ist manchmal ein bisschen komisch. Wo ist der Bogen gelandet? Manchmal sehe ich Sachen auch komplett, aber das ist manchmal ganz nach oben. Ich werde das nicht vergessen. Gucken, ob da irgendwelcher Quatsch drin ist. Ein Reiseratsack. Das ist aber eigentlich nur zu fressen. Da soll eigentlich hier alles zu fressen drin landen, idealerweise. Habe ich den nicht gekauft? Achso, ich bin nicht ganz sicher. Habe ich den nicht gekauft. Habe ich den nicht gekauft. Deswegen. Okay, jetzt gehen wir in ihr Inventar. So. Der macht 5 bis 12 Schaden. Der macht 5 bis 10 Schaden. Und der hat noch das Zeichen des Jägers. Aber ich bin im Umgang mit Kriegswaffen oder Langbögen ungekriegt. Dann hat sich das eh erledigt. Okay. Dann hat sie das eh erledigt. Ganz kurz. Der Bässe, der macht gleich viel Schaden, hat auch nicht das. Kann sie das tragen? Und benutzen? Dann kriegt sie den. Hat sie noch eine Fernkampfwaffe. Obwohl, sie hat mehr Möglichkeiten. Sie hat gar keine Fernkampfwaffe, keine vernünftige. Die ist besser für Leysel, oder? Sie geübt mit Bögen. Natürlich. Dann kriegst du den. So. Und sie kriegt die Armbrust, damit sie überhaupt irgendwas hat. Falls sie es mal braucht. Sehr gut. So, dann machen wir den Rest noch. So. Sprungreiz ist um 1,5 Meter erhöht. Das können wir jetzt Leysel geben oder ihr. Ich sag mal, solange, wenn ich jetzt mich dafür entscheide, den Nahkampf zu machen, aber Fernkampf auch mit der wiederkehrenden Pike, dann erhält sie das erst mal. Kann auch eine Salami in die Hand nehmen, dann. Falsch ausgeweht noch. So, Leysel kriegt die Stiefel. Dann haben wir Handschuhe. Ein bisschen Umgang mit Langbogen und Kurzbogen. mit. Ach, das ist immer so blöd, wenn ich nach die Falschen ausgewählt habe, so. Perfekt. Wenn der Träger ein Ziel hat, erhältst du zu sich drei temporäre Trefferpunkte. Das kriegt Schattenherz. Der Ring, wenn du eine Kreatur heilst, kriegt auch Schattenherz. Die, die Rüstung müssen wir jetzt noch gucken. Also, die würde halt nichts dazu gewinnen, außer den Bonus. Machen wir doch der Reihe nach, bevor ich immer versucht, das ausrechnen. Ich glaube, die einzige, die davon profitiert, ist Kalach. Sie verliert an Rüstungsklasse, deswegen, ja. Machen wir das nicht. Und Kalach gewinnt an Rüstungsklasse, wie ich mir gedacht habe. Bin wir vielleicht ein bisschen warm da drin? Aber, so ist es halt. Schutz ist wichtig, Kalach. Das ist das Kriegshorn. Das ist der Weitschild. Den habe ich hier nochmal. Gerade nicht so interessant. Würde ich aber auch nicht weggeben. Und, sie hat auch alles. Oh ne, die Handschuhe haben wir noch. Das letzte. Das war der Käse. Durch einen waffenlosen Angriff. Ja, das macht keiner von uns. Okay. Ich fühle mich gut ausgerüstet jetzt. Und wo gehen wir als erstes hin? Hinten könnten wir mal schauen, was mit dem Volo los ist. Da kann es vielleicht auch ein bisschen was erzählen. was mit dem Volo los gehen. Speichern wir mal. Dass wir die ganze Shopping-Tour nicht nochmal machen mussten, weil wir jetzt irgendwie hier in den Goblin reinlaufen oder in die Feuergrube fallen. Mit dem Volo mal reden, weil der kann uns bestimmt ein bisschen was über das Camp hier erzählen. Der ist für eine Weile hier und hat seine Augen offen gehalten. Die Wache Gorgor. Muss man mit der Reden vor wieder rein können? Nein, geh inside. Inside Boring. Inside Boring. Den würde ich dann doch wahrscheinlich irgendwie ablenken wollen. Was passiert denn, wenn ich einfach da mal versuche, unauffällig reinzugehen? Dann gehe ich einfach rein. Okay. Gut, ich habe jetzt überlegt, jetzt lenke ich den ab. Jetzt mache ich dies, jetzt mache ich das. Und wenn die Welpe anfängt zu singen. Oi, es ist kein Party in hier. Wir machen das Absolutswerk. Statt dein Geschäft. Jetzt. Als das Symbol gläht, kann die Kraft durch dich durch dich durch dich durch dich durch dich durch dich durch dich. Da können wir wieder die Kraft der Elixidenlarve benutzen. Das machen wir nicht. Das können wir machen. Können täuschen. Eine Audienz. Vortäuschen, Einschüchtern, Gedanken wahrnehmen. Oder Angreifen. Dann bricht auch hier die Hölle los in dem ganzen Camp. Das machen wir aber nicht. Täuschen sind wir gut. Und Einschüchtern sind wir eigentlich auch echt gut. Oh, wir sind Einschüchtern noch geübt. Enttäuschen nicht. Ja, gegen die hilft mancher Kraft. Wir haben ja eh, strahlen ein bisschen die Autorität aus. Das passt schon. Okay. Ich halte es gerade 15. Wir haben zum Glück Inspirationspunkte. Die haben wir noch nicht häufig genutzt. Okay, besser. Dafür haben wir unsere Inspirationspunkte. Wer hat hier das Sagen? Oh, drowning in True Souls. Oh, drowning in True Souls. Was sind die drei Anführer? Raxlin scheint so ein bisschen der Oberboss zu sein. Eine Audienz bei der Drow. Das wird, glaube ich, spannend. Ich möchte mal erst mal Raxlin sehen. Die Drow finde ich eigentlich am spannendsten, weil die am ungewöhnlichsten ist. Die Audienz ist richtig. Sie ist ein Appetit und kein Fehler. Aber sie kennt ihr Geschäft. Sie sagt den Kriegern, was es war. Jetzt könnte man jetzt erscheint, da oben auf die Balustrade. Die haben alle nicht viel AP, aber wenn es mal rund geht, dann geht es rund. Ihr Outfit passt jetzt aber voll hier rein, immerhin. Nicht euer Lieblingsort, nehme ich an. Schön, dass sie sich mal die Haare macht mit diesem Band da. Und auch wie sie es da reingeflochten hat. Ich habe nicht so ein Ceylon gesehen. Aber ihr fällt das natürlich gleich auf, so was. Oh, komm mal jetzt. Wir müssen uns mal was reinziehen. So, wo finden wir denn den Drow? Hier ist die Gat. Gucken wir noch mal auf die Map, auf die ich nicht im Weg bin. Gat. Rettet Volo. Tütet alle drei Anführer. Okay. Das sind die drei Anführer, von denen wir wissen. Das wird interessant. Wie wir das zustande kriegen, ohne dass ja die komplette Hölle losbricht. Was wir mal für ein... Wir müssen für ein Hass auf Ceylon haben. Eine stabile Statue. Das ist relativ frei bewegen, hier. Sind Sie bereit für die absoluten Schmerz auf Ihren Flasch? Ja. Und dann werde ich eine Sprache hören. Du bist zu schmerzhaft. Unsere Sprache ist ein Blatt. Ich würde wirklich gerne erst mal mit dem Volo sprechen. Rettet Volo. Das sagt uns Tagebuch dazu. Weil der mir vielleicht ein paar Insider-Informationen geben kann. Rettet Volo. Volo ist in einem Käfig eingeschwärt. Das muss doch einen Weg geben, ihn dort rauszuholen. Was ist er? Aber ich darf auch nicht zu viel riskieren. Nicht zu früh. Ich helfe ihm schon gerne, aber ich kann nicht meine Mission riskieren hier. Kribbo? Geht mir auch was mit Kribbo vorneweg. Geht nicht mit meinem Pidgen. Er ist meine. Okay. Was habt ihr mit dieser Taube vor? Habe ihn sicher. Habe ihn sicher. Habe ihn sicher. Bis ich mich wütend oder so. Was ist es zu dir? Ich finde es furchtbar, so eine niedliche Kreatur im Käfig zu sehen. Weil House Thirstenbad hat ein recht berühmter Schriftsteller. Ob wir ihn vielleicht überzeugen könnten, dass er eine tolle Geschichte über den schreibt, wenn er ihn freilässt? Furchtbar ist, wenn er ihn vielleicht irgendwie rauskaufen könnte, irgendwie überzeugen könnte. Dann kenne ich einen auf deinem Weg! Als das Symbol gläht, kann die Macht durch dich durch dich. Autorität. Wir können fragen, wie viel sie für den möchte, können das Illicidenlarven, die Illicidenlarven wieder benutzen, täuschen. Einschüchtern. Gedanken wahrnehmen. Da sind wir nicht so gut drin, deswegen. Schluss mit dem Gequatsche. Käfig aufmachen, sonst büßt ihr es. Das war die richtige Ansage. Lass sie mit ihm reden. Oh, mein Freund, wir können frei sprechen. Ich bin in kein Rettung, um meinen Rettung an diesem Spitz nach vorne zu nehmen. Vielleicht wäre es so nett, dass du dieses Käfig auslösen würdest? Ihr seid Wolo nicht wahr? Wir haben es doch schon gesehen. Wie seid ihr hier gelandet? Kuriosität, mein Freund. Es hat nicht den Kacken, aber es ist die Grundlage meiner Karriere. So, ich verweite, dass ich etwas von einem Impasse habe. Bitte, unlockt mich. Zu was für einer Karriere kann es gehören, sich von Goblins einkerkern zu lassen? Polothamp Gedarm. Realm-renowned Autor, Autor und Tastemaker. At your service. Naja, aber sein Selbstbewusstsein behalten. Ich hole ihn mal raus hier. Zwei, wir können nicht so richtig befragen, wie ich das gehofft habe. Das Joch ablegen. Oh, wir können ihn ins Lager schicken. Ja, komm ins Lager. Oh, Unsichtbarkeitstrank. Nice, dass sie daran gedacht haben. Ich dachte wirklich, das ist so eine typische Quest. Aber wie kommt er jetzt hier raus? Weil ich habe die Wache hier überzeugt, ihn gehen zu lassen. Aber wenn er da hinten auf einen anderen Goblin stößt, der sagt so, ja, ich will dich behalten. Dann wäre er gleich wieder am Arsch. Ah, der Unsichtbarkeitstrank hilft natürlich. Nice, schön, dass sie daran gedacht haben. Das freut mich. So, Süßkartoffeln. Stecken uns eine ein. Oh, Elminster. Was haben wir denn hier? Wer ist der Elminster? Ich muss mich kurz fassen, da ich unter einigem Druck stehe. Hier bin ich doch seit kurzem Gast einer recht wilden Gruppe von Goblins. Natürlich stehe ich lieber unter Druck, als unter einer Daunendecke zu liegen. Denn Gefahr und Abenteuer sind die Tinte in meinem Tintenfass. Das ist also die frohe Kunde. Wie ihr nur zu gut wisst, gibt es keinen schnelleren Verstand und keine gewandtere Zunge als die eures bescheidenen Freundes und Schreibers. Und indem ich meine potenziellen Feinde mit Geschichten von Goblin-Heldentaten erfreut habe, bin ich zu einem Unverzichtmitglied ihres Stamms geworden. Nämlich zu ihrem Chronisten und Baden. In dieser Rolle werde ich eine Weile unter ihnen leben, auf das ich ihre eigenartigen Gewohnheiten und Rituale möglichst genau studieren kann. All das wird natürlich in meinem nächsten Magnum Opus festgehalten. Mein Leben im Stamm der Eroberer. Es wird schon bald bei allen guten Buchhändlern erhältlich sein. Einen packenden Vorgeschmack lege ich diesen Schreiben bei. Ich bitte euch inständig, die Sekunde zu verbreiten, auf das alle abenteuerlustigen und neugierigen Seelen den ganzen Schwertküste in freudiger Erwartung dieser lebensverlängernden und Seelenbereichen des Buches schlaflose Nächte verbringen möchten. Und ich muss mich damit verabschieden. Ich wurde gerufen, eine Ballade aus meiner Feder zum Besten zu geben und die Dame, ja, ich nenne sie eine Dame, die mir dies mitteilte, ist zum einen recht ungeduldig und zum anderen bestens bewaffnet. Ehrlich gesagt glaube ich, ohne eingebildet wirken zu wollen, sie empfindet eine tiefe Zuneigung zu mir. Sie nennt mich Taube und weicht kaum von meiner Seite. Vielleicht wird es in meinem Buch ein Kapitel über die Ehre, Eherituale der Goblins geben. Ich schrecke in meinem Streben nach Wissen von nichts zurück. Seid so gut und errichtet die Welt bis zu meinem Wiedersehen von meiner packenden Recherche und sorgt dafür, dass jeder Wirt und jeder Söldner von Tiefwasser bis Beluir von meinem kommenden Meisterwerk spricht. Ja, also, als ich ihn hier rausgeholt habe, klang jetzt nicht mehr so glücklich. Lief wohl nicht ganz so gut wie erwartet dann. Zwischendurch immer noch. Frohen Mutes, der Vodo. Respekt. Also hier haben wir die die hohe Priesterin. Mal gucken, wie wir hier zur Drow kommen. Vielleicht diesen Weg. Ich möchte eher zur Drow als zur Waxlen zuerst. Das scheint mir irgendwie interessanter und auch wichtiger zu sein. Ah, ich kann mit Tieren sprechen. Ich kann ja mit Tieren sprechen. Das ist ein Level 1 Zauber bis zur langen Rast. Erzähl mir was. Erzähl mir was. So interessant war es dann doch nicht, was sie uns jetzt erzählt hat. Was ist mit Toten sprechen? Ganz kurz, ob ich das schon... Ja. Walk-Zwinge. Also die Festung ist ganz schön groß. Okay. Ich liebe es an der Nürn. Never a dull moment. Fleischer Wrack. Bestienmeister Zurk. Das ist der Kerker. Wer ist denn dahinter? Sehe ich gar nicht so richtig. Noch mehr von den Bestien. Ich werde glaube ich demnächst mal die... Sie ist schweilt. Sie ist es wieder. Halt deine Hand zu steigern, drei. Stopp sie. Freue mich. Wieder. Wieder. Mach es schweil wieder. Okay. Ja. Ich versuche ihnen zu helfen, weil das sind eigentlich ekligen Goblin-Kinder mit denen, die... Ich glaube nicht, dass ich jetzt umerziehen werde. Vielleicht kann ich die irgendwie überzeugen. Wir schweilen es ab. Die Beste kamen hier mit diesen Robberern, die auch Dink und Minz töten. Boss ist thinking of serving it to the wargs. And it makes funny noises. We made it skweil. Look, look, you'll see. Give me that rock. I'll show you. Okay, Elefiden by side. Dann bitte weitermachen. Lass sie in Ruhe. What are you? Get lost, if you can't stand a bit of rough housing. Release me. Get rid of them. Ich kann nicht einfach jetzt hier so anfangen. Dann bricht hier die Hölle los. Wenn ich jetzt wirklich in den Charakter denke. Ich will die Goblins killen, wenn das ganze Camp auf mich losgeht. Im Prinzip, weil wir irgendwas starten. Auch wenn wir das Marx absolut haben. Die Frage ist natürlich, wie sehr können wir uns hier was erlauben? Immer. Ich würde ihnen schon ganz gerne helfen. na da findet das nicht gut ein bisschen differenzieren kann man das schon oder ich meine zwischen mit welchen diesen kampf damit reingezogen auf meiner seite die rennen weg er kann ja nicht anscheinend nicht unterscheiden wer hier was macht obwohl mit mir gesprochen hat ja prinzipiell muss ich den jetzt bekämpfen das sieht so aus naja hilft nix es hilft ja leider nix vielleicht auch nichts groß verwenden so gefährlich scheint er kann ich nicht ehrlich gesagt 60 prozent das noch eine das sind die fische ok das tat weh und er hat sich geheilt ich habe fernkampf angriff angegriffen aus irgendwelchen gründen das wollte ich nicht nicht aufgepasst das können wir das mal ausprobieren wie das prinzipiell funktioniert obwohl ich dann halt es kostet mich eine bonus aktion werfen angriffswurf wie wähle ich das aus das lernen wir jetzt mal kennen dafür brauche ich halt wütend sein raserei brauche ich meine bonus aktion für die runde ist dann leider weg das jetzt noch verwenden könnte und nochmal normal zuhauen hoffen ist er nicht dann schon hinüber ich bin auch gern mitmachen hock aber in ihrer blöden putze hier wenn ich auf seiten das bären gestellt hätte wenn die jetzt alle gegen mich und das immer noch keine gute idee er machte das tor auf damit die dazu kommen auch bisschen overkill ich will mich gerade auch gar nicht mehr dran kommen mit ihrer aktion wie ich gern machen möchte ich darf nicht mich zurückziehen nicht weggehen 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 Der hält sich schon immer ordentlich. Wir kommen doch schon nochmal dran. So. Das probiere ich jetzt mal aus. So, wie funktioniert das denn mit dem Werfen? Wütender Wurf. Wir können uns aussuchen, was wir werfen. Ach, ich kann auch einfach was aus dem Inventar werfen. Das heißt, ich brauche das gar nicht ausgerüstet haben, wenn ich das richtig verstehe. Das ist ja natürlich ideal. Dann habe ich die wiederkehrende Pike, die jetzt nicht so stark ist wie die Überglühklinge im Inventar. Kann ich immer werfen, wenn ich Bock habe. Das ist ja cool. Okay, jetzt probieren wir es mal. Ich gehe jetzt noch ein Stück weg, nur zum Ausprobieren. So. 85 Prozent. Das war doch der Halsinn. Ich habe kurz überlegt, ob es der wirklich ist. Und ich dachte, das wäre ein anderer Bär. Weil wir aber die Möglichkeit hatten, mit Tieren zu sprechen. Er hätte doch sagen können, hier, hallo, ich bin Druide. Und dann hätte er auch ein bisschen schlauer sein können. Oder ich kenne mich mit Druiden nicht so aus, dass er in Bärform... Er verliert doch nicht praktisch seinen Geist. Er kann ja dann trotzdem, ist er noch Halsinn. Er hätte doch mit mir kommunizieren können. Und dann kann er doch auch verstehen, dass es jetzt in der Sekunde vielleicht nicht die beste Idee ist, hier einen Streit anzufangen, wenn ich vielleicht auf seiner Seite bin, aber erst mal die Festung infiltriere. Okay, das ist jetzt interessant. Er hat mich jetzt in den Fight gezwungen. Rudi, ist doch nicht gut. So. Aber ich muss ihn da jetzt nicht in Menschenform auch noch killen. Wir können jetzt nicht sagen, hallo, das ist jetzt alles gut. Vorbei. Guck mal, das ist ein Druide. Hört mal auf. Ich will jetzt gar nicht mehr. Wir können einschalten, dass wir die Leute nur bewusstlos hauen. Das muss ich mal kurz machen. Badenwurf, Kampfhausch beenden. Irgendwo kann man einstellen, dass man die Leute nicht killt. Jetzt fragt mich gerade, wo. Weil das wäre ja, ich will den jetzt ja nicht. Na ja, das habe ich verstanden, danke. Aus dem Kampf fliehen. Das muss ich mal kurz finden. Rücksichtungsangriff, Gelegenheitsangriff, badische Verteidigung. Theoretisch kann es auch sonst nicht mehr gibt. Aber man konnte Leute einfach niederstrecken und nicht töten. Wadenwurf. Ist das hier irgendwas? Das muss ich jetzt schon eben finden. So was, ich google das kurz nochmal, bevor ich ewig rumsuche und uns alle nerve. Oder probiere es aus, wenn ich wäre da. Okay, ich habe es gefunden. Es ist bei Passivwerte. Durch nicht tödliche Angriff wechseln. Ja. Muss unbewaffnet oder mit einer Nahkampfwaffe geschehen. Das heißt, wir gehen jetzt mal in den Nahkampf hier. Ich finde das nicht gut. Können wir ihn dann wiederbeleben? So irgendwie, ich muss doch, sonst greifen die den doch an. Oder kann ich jetzt nicht wechseln? Was ist denn, wenn ich jetzt... Oh, das ist... Weil die killen den doch sonst. Das ist halt schon eigentlich keine gute Idee. Wenn ich jetzt mit dem Ende nochmal dran bin, kann ich ihn heilen? Die können ihn ja auch alle nicht heilen. Jetzt bin ich wieder in dieser Situation, in der ich eigentlich nicht sein möchte, dass man so über das Spiel nachdenkt als Spiel. Mich den Heidrang zuwerfen. Also ich habe jetzt eine Entscheidung zu treffen. So, entweder... Wende ich mich jetzt gegen die Goblins. Und das könnte natürlich problematisch werden. Aber vielleicht kriegen die es draußen nicht mit. Das zweite ist... Wir schlagen ihn bewusstlos. Aber ich glaube, die killen ihn. Das dritte ist... Ich kill ihn. Und wenn ich in Universe denke, gibt es ja immer die Möglichkeit, Leute wiederzubeleben. Das ist ja... Ich kann ja Leute, die sterben, wiederbeleben. Mit einer Schriftrolle. Aber es ist dann alles scheiße. Und das ist halt so eine typische... Hm. Weißt du, was ist jetzt der... Und die Frage ist überhaupt, wenn ich ihm jetzt helfe... Geht das? Oder killt er mich dann trotzdem? Oder checkt er mitten im Kampf? Okay, das fing blöd an. Ich probiere es einfach. Das läuft nicht so, wie ich das gern wollte. Werfen. Also wir werfen Heidrank zu. Wie geht das denn? Okay. Ja, ich... Ich drehe mich jetzt dann doch um und... Oh Gott. Okay, ich habe es ja mein Dings auch noch verbraucht. Okay. Ja, es hilft alles nichts. Also, fällender Angriff. Haben die nicht ganz gecheckt. Die haben... Die denken so... Die hat... Die hat im Nahkampf halt... Irgendwie voll daneben gehauen. Hätte aus Versehen den eigenen getroffen. Das ist ja... Das ist ja verrückt. Ja, total verrückt. Äh, sorry. Das ist, äh, aus Versehen passiert. Passiert nicht normal. Ups. Noch einmal. Sorry. Verrückt, ne? Was manchmal so passiert. Naja. Das wird jetzt noch interessant hier. Wow. Der ist fast hinüber. Sie ist auch fast hinüber. Und dann geht natürlich 5 AP wieder. Ich habe nur einen kleinen Heiltrank. 5 bis 8. 4 bis 10. Das ist alles mal sehr tricky hier. 3 bis 18. Wir müssen uns das mal richtig austeilen hier. 24. Das ist eine geschworene Stimme. Verschwindet die, wenn ich den kille? Ich weiß das alles nicht. Konzentration verloren immerhin. Ich muss mich eigentlich schon mal ein bisschen woanders platzieren, weil wenn die irgendwann jetzt checken, dass ich hier gegen die Arbeiter und sich zu mir umdrehen, dann will ich nicht so an der Frontlinie stehen. Okay. 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 Wir müssen erst mal heilen. Wir müssen erst mal heilen. Wir brauchen sonst eine Stufe 2 Zauber. Eigentlich musste ich uns segnen. Wir machen heilen das Wort erst mal auf den Hals. Ich probiere das noch. Das Gefühl, dass das nicht funktioniert, was ich hier probiere. Aber das macht mir Spaß im Spielen, so ein bisschen was ungewöhnliches auszuprobieren. Mal gucken, wie das Spiel darauf reagiert. Ob ich das irgendwie die Situation noch rumbiegen kann. Oder ob hier einfach das komplett scheiße gelaufen ist. Möglicherweise, ne? Wie viel Schaden mache ich damit? 3 bis 8. Das ist ja lächerlich. Blenden. Meine Angriffsoptionen sind jetzt nicht die besten. Bin ich halt einfach nicht so stark drin. Ich versuche ihn einfach zu hauen. Was ich aber noch ganz kurz mal probieren werde, glaube ich, ist. Ich greife es euch jetzt alle an, weil er nicht checkt, dass... Okay, ich habe mir ein bisschen zu viel Sorgen gemacht anscheinend um ihn. Gibt es irgendeine Möglichkeit, alle zu killen? Jetzt sind die auch sauer auf mich. Haben sie jetzt auch langsam gecheckt, dass hier irgendwas nicht stimmt. Und dann wieder zu beruhigen. Wir probieren es. Wir gehen weiter unseren Weg. Vielleicht ist alles dran. Das heißt, wir killen... Der ist hinüber. Ich kille mal den... Den Tail hier. Sie braucht sich selber nicht heilen. Tür ist Schutz. Ich kann es kurz noch mal schauen. Die Rüstungsklassen sind inzwischen ziemlich gut mit den Rüstungsklassen. Ich schütze mal Kala noch. Und dann greifen wir noch an. Das will ich jetzt noch ganz kurz probieren. Aber das... Da bin ich nicht mehr ganz sicher. Wenn ich die Waffe wechsle, ob das einen Aktionspunkt kostet... Dann nehmen wir halt... Sie macht da ein bisschen mehr Schaden. Und die andere kann ich auch werfen. Ja. Kostet Aktionspunkt. Dann mache ich das nämlich nicht. Sowas finde ich okay neu zu laden. Ich versuche ja... In dem Spiel... Allgemein versuche ich so zu spielen, dass ich halt mit meinen... Also mit meinen Aktionen, mit meinen Handlungen leben muss. Und den Konsequenzen. Wenn ich jetzt nicht irgendwie Gefühl habe, dass es vom Spiel ganz blöd geregelt worden. Oder es ist auf eine andere Art und Weise totaler Scheiß. Oder ich verstehe die Mechanik nicht und probiere die mal aus. Aber meistens... Finde ich es interessanter. Noch cooler, wenn man... Ja, sozusagen... So spielt, wie das passieren würde. Das versuche ich jetzt auch gerade. Ich versuche die Situation irgendwie zu retten. Ich bin aber nicht ganz sicher, was mit dem Hallsehn los ist. Dass der halt... Die werfen Steine auf ihn. Ich sage so... Ja, hm... Aha! Du bist mein Todfeind. Was? So, ich kann das machen. Das ist aber immer mit der Bonusaktion. Wir hauen erstmal... Einfach ein ganz normal weg. 6 bis 15 Schaden. Ich will halt noch nicht anfangen mit dem... Mit dem Rasenlieb, mit dem Malus. Aber ich kann einen wütenden Wurf machen. Wenn er zu nahe ist. Na gut, aber wenn es zu viele Nachteile gibt, macht das auch nichts. Es gibt nicht doppelt Nachteil. Problem ist, der ist jetzt sauer auf den. Wenn ich den kille, bin ich der Nächste an der Akro-Liste vielleicht. Deswegen... Jawohl. Das ist doch nice. Ich verängst... Carla ist... Carla ist verängstigt. Okay, die greift mich an. Jeder ist jetzt auf jeden sauer. Ich finde das nicht gut. Jetzt habe ich mir das nicht vorgestellt. Okay. Wir wechseln mal die Waffe. Haben wir noch interessante Bonusaktionen. Heil in the Sword. Riech mal auf K-Dach. Und dann greifen wir einfach mal an. Den überlasse ich mal dem Heil sind. Ich könnte das nicht mehr für euch. Also... Nein. Ich könnte das nicht mehr für euch. Nein. Ich würde es nicht mehr für euch. Ich würde das nicht mehr für euch. Das ist gerade interessant. den hat es fast noch nicht ganz sehr gut, ich habe meinen den angegriffen ich bin verängstigt durch den hier blöde Sau zwei Schaden nur noch ich mache erstmal einen wütenden Wurf wütender Wurf also ich kann jemand anderes werfen das ist glaube ich ganz witzig kann ich jetzt ihn werfen auf den ich muss nochmal kurz checken also ich nehme einen wütender Wurf kann ich jetzt hier was auswählen oder auch jemanden aber ich komme nicht hin oder das probiere ich später nochmal man kann auch andere nehmen und auf andere werfen was ganz witzig ist ich muss erstmal einen loswerden kritischer Fehlschlag den losgeworden und nicht mehr verängstigt ich habe den kümmern hier oben was Leisel kann nicht dahin hüpfen das ist ja ein bisschen komisch müsste doch jetzt hier also eigentlich auf das Fass steigen können da hoch und entweder rüberhüpfen oder einfach rübergehen Fässer sieht man nicht so richtig als mögliche Objekte zum rüberlatschen das ist ein bisschen schade da gibt es mit Shift irgendwie Control greift an ne mit Shift gibt es noch ein paar mehr Informationen also wenn ich irgendwas nicht verstehe könnte ich mir das gerne sagen falls es irgendeinen Weg gibt hier auf die Fässer zu springen da hoch zu gehen das finde ich ja ziemlich cool aber ich sehe da keinen Weg komme ich irgendwie in Reichweite ich sehe es nicht ja dann halt nicht dann hauen wir halt den ganz normal um dann hauen wir halt da ganz normal daneben ich kann mich ja schon mal auf den Weg machen dahin ich hätte vielleicht auch Handelsmark nehmen sollen ich wollte mir das irgendwie noch sparen weil ich dachte ich brauche das vielleicht irgendwie anders und dann kann ich aber noch jemanden heilen ich fühle mich hier hinten einigermaßen sicher hoffentlich nicht zu Unrecht My faith will protect me 50% 50% zu Hagen 60% nächstes Mal hin mit dem ziel sicheren Schlag wir können auch mal jemanden heilen wenn ich jemand anders heile bringt das halt noch was heilen wir sie ruhig mal ist ja auch temporäre Treffepunkte das war ganz nett Rettungshof gelungen sehr schön noch Erfahrungspunkte bekommen okay Karlach ja ich will dich nicht können wir das jetzt mal irgendwie ein bisschen Opfer 6 Meter deine Bewegungsrate für den Rest des Zuges Würfel zu Nachkampfschaden zweimal verwendest das höhere Ergebnis ach das stimmt das haben wir ja gelernt gar nicht benutzt wenn ich halt muss ich eigentlich immer benutzen wenn ich nicht kämpfen möchte ich muss meine Leisten echt mal anpassen sag ich immer und bin dann zu faul das wie mit Computer den Desktop aufräumen mit 2 Millionen Icons aber eigentlich wäre es ganz gut dass ich mal mir das anders anordne wir stellen aber dann wieder mal um jetzt wenn ich gegen ihn kämpfe auf nicht tödliche Angriffe zu schwer zu werfen ich will auch das werfen okay der liegt am Boden das ist genau das was ich will der soll halt einfach chillen so jetzt mach ich auch nichts der soll mal checken dass ich ihn nur außer Gefecht setzen soll das merkt der bestimmt das kann ich noch mal der als Aktion machen warum ist meine Waffe nicht zurückgekehrt stopp mal ganz kurz warum ist die unbewaffnet wiederkehrende Palk ja wiederkehrende Palk warum genau liegt die am Boden so werfen okay wenn sie zu nahe ist dann passiert das nicht gehen wir ein paar Schritte hier zurück das können wir noch machen so jetzt ist dein Hüpf jetzt ist Hüpf angesagt ja auch die Hüpfstiefel noch Stimme ganz vergessen ja auch die Hüpfstiefel das müsste ja auf jeden Fall klappen so und du kriegst jetzt noch das rein bewusstlos dauerhaft hab ich hier noch bei ihr eigentlich will ich den umhauen mein Zug ja so jetzt haben wir das Problem eigentlich nur noch der Hallsinn da so Brudi reden also machen wir das wie kriegen wir den Hallsinn denn jetzt dazu zu checken dass hier alles okay ist haben wir irgendeinen schönen Zauber mit Tieren sprechen hab ich glaube ich sogar noch aktiv ja dann auch nicht so viel geholfen vielleicht hätte es die Situation sogar schwerer gemacht dass man sonst denn gar nicht verstanden hätte und dann hätte das alles ganz anders funktioniert probier mal Person festhalten auf ihn ah Humanoid in Bärenform zählt das nicht ja dann chillen wir hier einfach kurz irgendwas sowas hier mit Personen bezaubern oder so kein Zauberplatz mehr das wäre halt vielleicht noch was theoretisch funktionieren könnte er steht wieder auf er sieht das halt echt nicht ein auch ich hab mir gedacht wir müssen ihn bewusstlos hauen hilft ja nichts so Karlach schlage jemand bewusstlos ich muss ganz kurz gucken nicht dass ich es verwechselt ich habe eben bewusstlos geschlagen ach das ist immer für die ganze Party deswegen war das okay ich bin schon gewundert ich habe es bei der Lyselle eigentlich gar nicht aktiviert gehabt und dann war es bei ihr okay zu Halsen können wir mal bitte checken ich will nur mit dir reden geht's mal das geht übrigens nur mit Nahkampfwaffen bewusstlos schlagen das heißt wenn ich mir den Bogen drauf schieße dann ist das scheiße dann hauen wir uns bewusstlos ich habe ihn bewusstlos geschlagen hauen hallo spiel ich habe ihn Halsen starb bevor er uns mit den Parasiten helfen konnte nein er ist bewusstlos ich habe mir da extra Mühe gegeben da bin ich ein bisschen enttäuscht ehrlich gesagt wenn es jetzt so ist ich habe mich mit den Goblins trotzdem angelegt so wir haben Wiederbelebung noch ich will den ja auch immer nicht looten dann wenn also stopp mal der Reihe nach wir haben Wiederbelebung Ziel muss Tod sein ach so ja er ist ja nicht tot aber das wäre ein bisschen albern wenn ich mir das praktisch so kaputt gemacht hätte dass ich jetzt dass er bewusstlos ist und ich deswegen nichts machen kann muss ich ihn erst killen ich habe gerade gespeichert oder alles ein bisschen verworren ich speichere mal kurz das hier Walkzwinger das mag ich eigentlich nicht weil man dann wieder so aus der Immersion gerissen wird wenn es voll im Spiel ist also ich probiere jetzt mal ihn zu töten um ihn dann wieder zu beleben vielleicht geht es nicht wenn er bewusstlos ist aber das Questlog sagt halt schon alles vorbei hier jetzt ist er tot okay jetzt belebe ich ihn wieder und dann ist er wieder sauer hallo der muss doch mal begreifen was hier los ist jetzt kill ich ihn noch mal ich weiß dass ich schubs dich blöde Sau wir haben noch Personenbezaubern aber das ist halt was helfen würde wenn ich nicht angreift ja das kann ich halt nicht machen weil ich keinen Zauberplatz mehr habe weil ich irgendeinen Spruch noch ihr merkt ja ich bin manchmal da hartnäckig bei solchen Sachen aber ich probiere auch gerne aus und würde jetzt wirklich gerne rausfinden ob man die Situation irgendwie retten kann ich kann ja gleich erzählen wie ich das jetzt gleich weitermachen werde okay es gibt keine Möglichkeit dann ich habe nichts um ihn zu besänftigen und dann ist es halt so habe ich nichts ready meinst du was mir wirklich einfällt ist ich glaube auch nicht dass es funktionieren würde ich probiere es jetzt ganz gerne aus ich glaube nicht dass hier was haben wir bei Schattenherz Personen besänftigen nee wo ist es also bezaubern ich glaube nicht dass es gehen würde aber ich habe es halt auch nicht ready von daher vielleicht kann ich mich noch verkleiden ich bin niemand anders ich habe ja mit überhaupt nichts zu tun achso die Runde ist schon vorbei ja das ist alles Quatsch das ist halt vorbei ich rieche Blut jetzt bin ich noch mal tot man geht aber auch keine Erfahrungspunkte man kann die jetzt nicht farmen die XP-Farmen die man immer wieder belebt okay das ist natürlich ungünstig also ganz kurz noch mal für die Leute die es interessiert ich spiele auf die Seite und Weise dass ich schon eigentlich mit den Entscheidungen lebe wenn jetzt solche sowas wenn das geklappt hätte mit Tod aber nicht mit bewusstlos und das nicht irgendwie geklappt das ist ja so eine komische Gameplay Mechanik die hätte ich noch mal dann vielleicht geladen und anders gemacht aber für mich ist die Story so ich bin hier hingekommen die haben halt den Bären geärgert ich wollte den Bären also natürlich ein paar Tiefeligen gehabt ich habe nicht sofort gecheckt dass es der Hallsinn ist ich dachte das wäre einfach einer der mit dabei war hätte ich drauf kommen können aber es gibt ja auch andere Bären ich dachte vielleicht die mit der Gruppe da waren mit dem Druiden okay und er hat ja auch mit mir gesprochen das war auch der Grund warum ich nicht vermutet habe dass der Hallsinn ist zwei Sachen wenn es der Hallsinn ist hätte er sich meiner Meinung nach wenn ich das nicht falsch verstehe können auch vielleicht die und die Profis mir das erklären auch in Bärform denke ich eigentlich dass er ja trotzdem sein Intellekt behält und seine einfach seine menschliche Form ist das falsche Wort aber dass er trotzdem noch ein Mensch in Bärform ist ist ja auch für die eine Szene die ein bisschen für Aufregung gesorgt hat nicht ganz unwichtig dass er hätte dann mit mir kommunizieren können vielleicht hätte er es sogar ich frage mich ob weil ich mit Tieren kommunizieren anhatte dass ich praktisch mit den Bären kommuniziert habe und nicht mit Halsen das kann ich mir noch vorstellen also es ist eine Menge Variablen hier drin und ja also das ist halt passiert und dann ist habe ich halt eben da nicht eingegriffen weil ich der Meinung bin ich erkunde erstmal die Goblin Feste und finde raus was hier los ist und entwickle einen Plan und das ist ja nichts Dringendes die wollen die ja nicht in dem Augenblick umbringen die bewerfen mit Steinen ja das ist scheiße aber es gibt gerade Wichtigeres ja ich bin hier auf Undercover Mission dann dreht er durch in Bärenform greift alle an okay vielleicht übernimmt er Bär oder er ist sauer und er kann das nicht steuern und checkt das nicht so richtig das hat meine Frage und greift dann alle an und ich kann ihn halt nicht besänftigen das ist passiert die einzige Sache die ich jetzt noch ausprobieren werde das werde ich doch noch ausprobieren ist dass ich mit ihm nochmal also ich lade das auch mal diesen Ladelspeichervorgang werde ich jetzt mal nicht mit aufnehmen das bringt ja nicht so viel für euch ich speichere nochmal jetzt ein Quick Save dann lade ich jetzt nochmal und gehe ohne mit Tieren sprechen hin ob das eine andere Sache ist und das gucken wir uns gleich nochmal an nur um euch das kurz zu zeigen jetzt bin ich hier hingegangen habe die gleichen Dialogoptionen gewählt und er spricht einfach gar nicht mit mir er knurrt mich nur an also ist es schon anders mit Tieren sprechen oder auch nicht und ja ich bin dann auch im Kampf mit ihm und denke mal das würde genauso ausgehen von daher vielleicht mache ich den Kampf immer noch um das wirklich sicherzustellen aber ich denke das geht genauso aus wieder zurück in der richtigen Timeline ja ihr habt es gesehen ich habe es euch erzählt da kann man wohl nichts dran machen wenn man da nicht sofort eingreift wenn davon ein paar Steinchen beworfen wird dann dreht der Halle sind komplett durch und es endet so ein bisschen schade dass man auch nicht zumindest in Menschenform nachdem ich ihn auch wiederbelebt hatte dass er sich dann beruhigt hat aber dann kamt er gerade wahrscheinlich nicht mit seiner Geist seiner Seele aus der Hölle ist noch saurer da ist einfach nichts mehr zu tun man kann ihn da nicht retten wenn man das nicht so angeht und dann muss ich damit leben dann gib mir wenigstens dein Stuff ich habe gerade noch mal geladen ich hätte auch eben bessere Sachen stopp mal noch ein kleiner Zeitsprung aber jetzt der letzte das ist ja nicht das was wir machen wollen aber tatsächlich er hat noch einen Rucksack und gute Bären mit dabei wenn er bewusstlos ist naja belassen wir es dabei übernehmen die Sachen witzigerweise hat er selber eine Schriftrolle des Wiederbelebens Oh zum Glück hat er da ein kleines ein Blatt vor den wichtigen Stellen sehr gut ich habe mich immer noch komplett ausgezogen es reicht nicht dass ich ihn gekillt habe ich klaue ihn auch an seine Sachen also seine Unterhose hätte ich ihm vielleicht lassen können habe ich nicht richtig aufgepasst beim Looten so die zweite interessante Frage wird natürlich jetzt sein kriegen die mit da draußen was hier drin passiert ist ich lute gleich auch mit K-Lach oder so man muss ihn ja nicht die Sachen um umher schieben Gefängnisschlüssel wenn du spurtest erhältst du einmal pro Zug zwei Züge lang Zorn was ist Zorn du kannst einen Bonus von plus 1 auf Schaden durch Nahkampfwaffen nicht schlecht ich sporte selten weil das eine Aktion kostet für einen Schurken kann das gut sein weil ein Schurke mit einer Bonusaktion sporten kann da ist das dann durchaus eine gute Option ganz praktisch mit der Kamera wenn die so hinterherkommt aber in bestimmten Perspektiven hast du immer die Leute davor kannst du gar nicht mehr dann richtig in die Gegend klicken wenn man jemand davor steht und dann fängt man ein Gespräch an apropos Gespräch Tierfreundschaft Verzauberung des ersten Grades überzeug ein Tier dich nicht anzugreifen oh darf er Intelligenz etwa nur 3 haben ich weiß auch nicht ich hab gerade überlegt ob das vielleicht funktioniert hätte aber vielleicht hat der mehr als 3 Intelligenz also in Menschenform auf jeden Fall ich weiß nicht wie es in Tierform aussieht das geben wir mal ihr sie hat auch kein Medaillon können wir das nochmal benutzen man darf es gibt so viele Sachen muss aufpassen dass ich nicht immer die Hälfte vergesse was ich schon an Abilities und Spells und sonst was habe die ich nicht nur gelernt habe durch meinen Charakter sondern durch irgendwelche Items noch bekommen habe und 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 in dieser Timeline ist aber nur bewusstlos also wenn irgendjemand auch mich blöd anmacht kann ich immer sagen und das ist auch wirklich wahr ich hab ihn nicht getötet hab ich auch nicht es war eine blöde Situation wo ich immer noch der Meinung bin dass ich da echt also wie kann man da nicht so viel ankreiden und dann habe ich ihn bewusstlos gehauen also Spinnenseide Mira mal eine Stelle wir machen jetzt so eine kurze Rast was haben wir da soll es sein die Leiche untersuchen fast nicht geschafft Versuchen die Leiche rauszuziehen aber die Frage ist warum würden wir das wollen aber wir haben immer noch was zu tun hier in der in der Basis so ist es nicht wenn wir grad von wenn wir uns mit den Spells benutzen vielleicht machen wir einfach eine normale Rast mal kurz auch mit den anderen sprechen was sagen die eigentlich zu dem was hier grad so passiert ist hier in Mitsura scheint euch zu kennen Stimmt das haben wir noch gar nicht gefragt ich meine wir haben hier schon grad stehen und quatschen wir waren wir waren beide Teil von Zariel inner circle ihr by choice ich by force in der grand scheme of things ich inconsequential zu Zariel sure ich habe die engine aber ich war nicht sie stärker aber sie me wie ein Kind wie ein captives pet Misura envied die attention ich glaube ich bin sicher wenn Zariel sie die 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 zu misura was delighted ich wollte schon fragen warum sie denn sind wer ist glaubt ihr sie wird weiterhin jagd auf mich machen dufe Frage ich kann verstehen warum ihr unbedingt entkommen wolltet ja trotz irgendwie das ist eine dumme Frage aber ihre einschätzung können wir trotzdem nochmal erfragen und ich denke schon infernalische maschine vielleicht gibt es auch noch was wichtiges was macht die mit euch das hat man schon ich bin informatio Das Artefakt beschützt uns, ja. Weil sie weiß nicht, was es ist. Eine, die in der Zeit bezeichnet werden wird. Also, da an bestimmte Sachen zu glauben, erscheint mir dann halt nicht so abwegig. Von daher... Ja, die Hingabe... Ich verstehe die Hingabe dann schon ein bisschen, wenn man da so einen lieber natürlichen Wesen ist, dass sie existieren. Aber ich würde trotzdem gerne mal wissen, worauf man sich einlässt. Du solltest etwas von deinem eigenem finden. Ich bin gut, danke. Okay, nochmal. Die anderen Sachen sind schon ganz interessant. Man ist in ein bisschen ungewöhnliche Situation, dass wir hier stehen. Aber wir haben gerade Zeit. Wir haben gerade Zeit dafür. Die Wälder in meiner Hand. Sie ist niemals ganz heilig. Und manchmal schafft es, dass es schreckliche Schmerzen durch mich verbrechen wird. Es ist aber auch mein Wälder von Lady Shah. Ich kann sie irgendwie fühlen, dass sie sich irgendwie beeinflusst. Okay. Warum tut Shah euch sowas an? Was löst die Schmerzen aus? Es ist schwierig zu sagen. Manchmal frage ich mich, ob es mich umgekehrt ist. mich umgekehrt, mich umgekehrt, mich umgekehrt. Aber vielleicht ist es kein von ihnen. Vielleicht ist es komplett random. Ich würde mich wünschen, dass es mehr gibt als das. Es ist ein Wälder von Lady Shah, die Frau mir wird, wenn die Zeit richtig ist. Bis zum nächsten Mal, alles, was ich tun kann, ist es zu tun. Ich will auch gar nicht so krass drin rumstochern. So jetzt gerade zumindest. Ich würde ganz gerne mehr über Shah wissen. Ich bin sicher, dass Sie das tun. Aber bitte versuche, dass es nicht etwas, was ich einfach über Freelie sprechen kann. Okay. Ihr solltet mir vertrauen. Immerhin sitzen wir im selben Boot. Ja, das finde ich doch auch. Vor allem ist es geil. Ich lasse mich vorher von ihr buffen. Ich bin schon gebufft. Ich bin von ihr gebufft, um sie selber zu überzeugen. Ja, aber sie weiß anscheinend mehr drüber. Ja, aber sie weiß anscheinend mehr drüber. Ich bin der Nightsinger. Der Patron von darkness und losz. Die meisten Angst haben die darken, wie Kinder. Denn in darkness, sie sehen, dass sie ihre Sorgen reflektiert sind. Aber Shah teaches uns, um zu step beyond fear. Beyond losz. In darkness, wir nicht schüren. Wir schüren. Schmerz. Hope. The promise of better days. All of these are heavy cloaks that bend our backs and burden our hearts. We shed those cloaks. Before Shah, we stand gloriously naked. Beyond the vanities of mortals. We tear down the lies the world is drunk on. The institutions they trust. The so-called gods they worship. The lives they cling to. We destroy false idols. Topple corrupt organizations. Fight heretics wherever they're found. There's often suffering. Death even. Many people break before they embrace Shah's truth. Well, if that troubles you, perhaps you should fetch the bailiff to arrest me. Ah, but there's no bailiff here, is there? Just leagues of wildernesses and the dangers that lurking within. We're in this together. But I'll happily go it alone. My faith will keep me company. So, das fand ich jetzt nicht so gut, dass ich das als böse bezeichnet hab. Was ich auch noch eben machen möchte, bevor wir halt uns entscheiden, ob ich durch das Loch rauskrieche oder hier weiter in der Koblenfeste mich bewege, dass wir eine Rast machen. Ich bin gespannt, wie ihr das Hand habt. Okay. Auch das noch. Das wollte ich übrigens ganz sagen, wenn wir in so einem Gebiet sind, wo wir jetzt nicht so gleich wegkommen, ob er das Lager wirklich da aufschlägt und nicht dann plötzlich sind wir im Lager am Fluss. Das ist eigentlich ein bisschen Quatsch gewesen. Ja, aber wir sind hier. Sehr cool. Sehr schön bei das Gate. Puh, aber uns geht's nicht gut. Ja, die Stirn wischen. Was hier noch which one? Your hands shake as they reach upward. Your forehead remains drenched, no matter how much you wipe. Ich kann. Ich sehe es in dir. Ich fühle es in mir. Wir sind verloren. Ich werde schnell mit meinem Blatt sein. Erst du, dann die anderen. Dann dir selbst. Deine Geist sind in der Zwischenzeit. Du sensst einen Touch of Uncertainty. Einen Touch of Disgust. Puh. Okay, wir sind nur erschöpft. Legt das Schwert weg, bevor ihr eine Dummheit begeht. Überzeugen, wir können die Eliside Weisheit benutzen. Heilkunde. Es ist nur ein Fieber, ihr müsst ruhen. Täuschen. Seht ihr nicht, wie weit es mit euch gekommen ist? Gebt mir die Klinge. Ich mache es schnell. Wollen wir aber gar nicht. Wir können uns töten lassen oder sie angreifen. Also eigentlich, wir sind erschöpft. Ich glaube nicht, dass das schon Symptome sind. Würde die nicht schlimmer aussehen? Ich kann mal eine 15 würfeln. Nicht ohne. Wir können zweimal würfeln. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Ich kann nicht vertrauen in meine eigene Meinung. So es scheint, dass ich euch vertrauen muss. Ich werde warten. Aber wissen Sie das. Ich bin aufhörter. Wenn die Krankheit nicht passen, bis die Nacht, ich werde uns alle enden. Ich bin gerade in der Zeit, du transformierst dich. Jetzt träumen wir auch noch, uns geht es eh nicht so gut, wie man hier sieht. Ich habe die Stimme aber schon mal gehört. Ja. Beim Pfeil aus dem Neutroliden, oder? Genau. Und ich bin hier, um dich wieder zu retten. Ich werde dich wieder zu retten. Wir haben nicht viel Zeit. Was ist das? So verrückt, was alles passiert in dem Spiel. So viele Sachen, die gleichzeitig unterwegs sind. Ich muss gehen. Ich bin hier. 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 cool, dass das Spiel auch auf die Fragen eingeht, die ich mir so stelle. Das fehlt mir in ganz vielen Spielen, dass man sich denkt, ich würde gerne das fragen, ich würde gerne das wissen und das Spiel bietet einem diese Möglichkeit gar nicht, aber das gefällt mir. Ich finde, wir sollten hören, was diese Traumgestalt zu sagen hat. Ja, ich will damit möglichst wenig zu tun haben. Glaube ich auch nicht. Diese Campgespräche machen wir ein andermal. Ich will die anderen jetzt aber dann auch nach ihren Traum fragen, wenn die das auch jemals hatten. Ja. Ja. Verdammt. Ich war froh, dass meine Imagination das besser von mir getroffen hat. Aber das muss noch etwas sein. Diese Traumkampagne wollte mich, die Tadpole zu nutzen. Seine Macht. Wer es war, klingt, dass sie ein Alli, aber ich weiß nicht. Es scheint, dass wir diese Messe nicht in der Wachungswelt oder sonst. Das stimmt nicht. Beim Traum kommt man davon los. In der Tat. Aber ich. Was ist denn aber ich? Ja. Also ja, ich denke mal, das ist ja. Ich traue dem nicht. Ja, dann chillen wir noch ein bisschen. Ich glaube, das ist wahrscheinlich schwer, sehr schwer umzusetzen. Aber weißt du was? Nein, ich wollte das gar nicht verlassen. Ich wollte das Feuer anmachen. Ich bin jetzt gemütlich. Ich bin jetzt auf einmal nicht aufgepasst. Egal. Dann reden wir noch. Naja. Was ich richtig geil fände, ist, wenn es so Gruppengespräche gäbe. Wir sitzen ums Lagerfeuer und reden als Gruppe über diese Sachen. Da gibt es wahrscheinlich zu viele Variablen und es ist leicht umzusetzen. Aber gerade dieses über den Traum, das wäre richtig cool gewesen. So, jetzt habe ich natürlich die Möglichkeit, versuchen einfach durch das Loch zu entkommen. Auch wenn das nicht ganz ungefährlich ist, wie man gesehen hat. Oder ich gehe zurück in die Goblinburg. Ich habe da noch eigentlich was zu erledigen. Oder zumindest habe ich was vor. Es besteht natürlich die Gefahr, dass die hier mitbekommen haben, was hier passiert ist. Es ist noch nicht reingestürmt. Also es war anscheinend nicht so laut. Aber irgendwann wird das hier schon entdeckt werden. Und dann habe ich ein Problem. Das ist meine große Frage für die nächste Folge. Ich werde darüber ein bisschen meditieren. Ein bisschen darüber nachdenken. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.